Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. So meine Damen und Herren und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Omnibus 2, dem Omnibus Simulator. Herzlich willkommen zurück im wunderschönen Düsseldorf. Herzlich willkommen zum brandneuen DLC Düsseldorf Linie 721. Ein DLC fürs DLC. Nicht schlecht auf jeden Fall. Man weiß wie man Geld macht. Und ja, wir stehen hier am Flughafen. Man hört es auch. Ja, man hört die Flieger, man hört die Menschenmassen, die sich immer so am Flughafen rumtummeln. Ja, top moderne Autos sehe ich. Ich sehe wieder mal ein bisschen Grünflächeneinlage. Also ich fühle mich schon mal so wie auf dem Rest der Karte. Wir stehen hier mit unserem Solaris Abino 18, vierte Generation Gelenkbus. Starten die Kiste mal. Fahren die Linie 721. Das ist die einzige Linie, na gut, das wird die Linie SB51, wird auch noch mitgeliefert. Die ist ein Schnellbus. Und das ist ein sehr schneller Bus. Der geht nur 10 Minuten. Und natürlich nicht, weil man zu faul war, da irgendwie eine ganze Linie nachzubauen oder mehr Haltestellen zu bauen. Deswegen geht die nicht 10 Minuten. Die geht einfach nur 10 Minuten, weil der muss so furchtbar schnell unterwegs. Das heißt ja auch schnell muss. So, da kommt gerade ein Flieger. Das hört sich so an, als würde der gerade über uns irgendwie fliegen, ja. Also KI-Flugzeuge sehe ich hier in der Luft vergebens. Ich sehe hier nur irgendwie, keine Ahnung, hätte halt auch ein Fußballplatz hier sein können, wenn man da noch ein paar Linien hinzeichnet. Aber gut, okay, ein Flughafen ohne Flugzeuge ist ja auch nicht verkehrt. Was erwarte ich da auch? Ach so, Gang muss man rausnehmen. Was erwarte ich auch? Also Flugzeuge am Flughafen. Genau. So, dann melden wir uns mal an. Das ist ja genau der gleiche Kladderadatsch wie auf München. Ich bin ja den Münchner Bus jetzt zuletzt immer häufiger gefahren, weil der ja ganz gut Power hat. So, und dann melden wir uns mal an. 721 Route, schätze ich mal, ist die 1. Das stimmt. Genau. Und kommen in NRW. Das steht da bestimmt mit dem Gladbeck-Logo so dran. Oder hier mit seinem Firmen-Logo hier. So, und hier nochmal Wilk N. Genau, Wilk N. Haus in Haus gesetzt. Sehr schön. Genau, das ist der Düsseldorfer Flughafen hier. Das ist das hier. Eine top-texturierte... Das ist das nur eine Magnetschöhebahn, wa? Ah, die geht eher da durch den Zug durch. Auch nicht schlecht. So. Oh ja, unsere top-modernen... KI-Fahrzeuge. Genau, die sind auch am Start. Ja. Genau. Menschenmassen, das sind die gleich billigen Menschen, die nachher hier, die unsauber ausgeschnitten wurden. Das Banier zum Beispiel. Äh, wie wir sie schon eigentlich seit Gladbeck kennen. Das ist jetzt alles nisch besonnen und halt wieder ein bisschen Resteverwertung. Muss ich erstmal kurz kicken. Oh, ja. Wo geht's denn los? Na, wir folgen den Bus gleich einfach mal unauffällig. Ja. Ähm, Zeitspurik vor. So, Abfahrt. Die geht eine knappe Stunde. Damit wurde auch geworben. So, hier soll man auf Fußgänger drauf achten. Du hast hier keinen, äh, KI-Menschenverkehr. Hat man einfach vergessen. Kann man ja auch um sie auch machen. Ja, dass man da so eine Spur nicht, wie die, wie die Menschen laufen sollen. Und so hat man hier einfach vergessen, weil hier mit Splines gearbeitet wurde. In Szeneriebecken ist das manchmal schon mit drin. Hat man hier aber nicht gemacht. Das heißt, man hat hier nur Omsi-KI-Menschen an der Bushaltestelle. Natürlich. Was soll man auch anderes machen, als mit dem Busfahren am Flughafen. Hi. Ja, natürlich hier wieder schön aus Falkensee. Original Spandau 89. Die Verkehrsschilder. Da hat man immer noch, immer noch keine neuen entwickelt. Warum auch? So, steigt ihr auch hinten ein eigentlich? Hinten aufmachen? Ne. Super. Hättet man doch den, den Metrobus da nehmen sollen. Da konntest du ja nämlich auch hinten einsteigen. Wär jetzt schnell gegangen. Egal. So, kauft ihr euch mal euer Ticket? Und noch reinbahnen. Hier. Ne? Unsauber. Unsauber gearbeitet mit den Splines. Seht ihr hier, ja? Einfach drei verschiedene übereinandergelegt. Und passt alles überhaupt nicht? Ist das ein Bordstein, der Kinsender gibt? Ja, ist ja gut. Geht schon wieder gut los. Wir haben uns im Stream. Das schon mal angekickt. Zum Teil, da, ähm, da wurden ja schon so ein paar Sachen im normalen DLC Düsseldorf verbaut. Zum Beispiel der Flughafen ist da auch mit drin. Ihr könnt nur nicht die Linie fahren, aber keine Ahnung was das soll. Soll wahrscheinlich Werbung machen, aber eigentlich ist das ja eher schlechte Werbung, wenn man sich das ansieht. Ja, 10 Euro kostet ja Spaß. 10 Euro für ein DLC, was sowieso schon 30 Euro kostet. Also 30, da geht's ja wieder gar nicht. Ich persönlich werde das wieder so machen, ähm, nach der Folge werde ich das, den ganzen Rotz hier, werde ich dann wieder bei Steam zurückgeben. Ist ja klar. Ah, ich hab's jetzt gerade gekauft für 10 Euro. Was ihr übrigens auch machen könnt, wenn euch das add-on nicht gefällt und ihr es blöderweise gekauft haben solltet. Kann ja mal passieren. So, jetzt aber mal rin hier, ey, der Bus wird jetzt schon voll sein. Ist das hier der neue TXL-Bus, oder was? Ja, lass mal mal einen Schluck trinken, hier. Feinsten Effekt, Energy. Oh, geht das schon gut los hier mit 2 Minuten Verspätung. Ja, ja, komm, ein bisschen zu ihr ja jetzt hier, ich will los. Ja, deine Kult-Sprüche kannst du ja kleppen. Das war mir noch 50 Grad. Ich weiß nicht, was du hast. So. Los. Zack, zack. Achso, hinten haben wir mal. So, da vorne haben wir die tolle Schranke, die kennen wir auch schon. Sieht immer aus wie so eine Krankenhausschranke. Nur nebenbei auch mal viel zu klein geraten, aber okay. So. Die hat irgendwie auch noch nie funktioniert, weil... Äh, das ging ja schon in Gelsenkirchen, dann in dem Klinikum ging das ja los, glaube ich. Da war schon diese scheiß Schranke da. Genau die gleiche und die hat auch nicht funktioniert. Flughafen-Verwaltung. So, hier immer noch. Damals schon im Stream gesagt. Schön aus Berlin. Die Straßennamen-Schilder. Sehr schön. Genau so muss das sein. So. Ja, das Schild sieht einigermaßen gut aus. Was ist das hier? Hat man hier gemacht? Ah ja, das ist... Okay, das sind zwei verschiedene Fotos und dann hast du hier immer das gleiche aneinandergesetzt. Krumm und schief und... Ach, du ahnst das nicht. Krumm und schief. Ja. Oh, hier wird wieder um sie mal kasten. Noch in einem... Huch. Kachelhöhe nicht richtig beachtet. Und hier halt um sie mal kasten. Hier, das ist ja... Das ist für die Flugzeuge. Wenn die starten, dann einmal hier über den Hügel... Ui... Und ab nach oben. Ganz toll. So, Kreisverkehr. Und dann hier raus. Nee, ich sehe, genau. Genau. So hatten wir uns das auch im Stream schon angeschaut. Jetzt Tempo 30. Interessiert mich aber jetzt nicht. Weil hier gibt es sowieso nichts zu sehen. Wir müssen hier irgendwo nochmal anhalten. So, hier wieder Kreisverkehr. Und jetzt hier raus. Genau, hier ist so ein Hotel. Da habe ich... Oder hier, ne? Das ist wieder auch typisch. Stopp. Eigentlich auch mal ein Foto fürs Let's Play hier machen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Hier. Typisch wieder, ne? Für... Für den Neuerbauer. Diese eckigen Kurven hier. Ne? Und das sind halt Objekte hier, wo ich der Meinung bin, die kann er nicht selbst gemacht haben. Weil... Das sieht man, das hat er selber gemacht hier. Von der Qualität... Von der Texturqualität. Und das sind Objekte hier. Die sind scharf. Die sehen vernünftig aus. Die sehen... Gut, das ist jetzt hier nur... Es kommen noch bessere Objekte. Also ich war ja echt nicht schlecht erstaunt, als ich das gesehen habe. Hier sind noch einige richtig schöne Objekte verbaut. Wo du dir denkst, die kann er nicht selber gemacht haben. Die wird er sich wahrscheinlich irgendwo eingekauft haben. Deswegen ist das auch so schweineteuer oder so. Oder das McMinn ist wieder teurer geworden. Ich weiß das leider nicht. Aber da gibt es einige Objekte. Vor allem... Am Hauptbahnhof sieht man das nachher ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob wir da rüberfahren. Das ist doch der Hauptbahnhof. Ich weiß nicht, wir müssen mal kicken durch. Ja, ja, komm. So. Hauptbahnhof, ja doch, okay. Da werde ich euch das nochmal genauer zeigen. Weil hier sieht man so ein bisschen, ne? Dieses Gelände rund um den Airport. So eine Airport City, wie es ja oft schon der Fall ist. Wie es es halt oft gibt. Ja, man kann dann schon so ein bisschen denken, dass es sich hier um so eine Zufahrt zum Airport handelt. So ein bisschen. Also Tegel hatte da zum Beispiel nicht... Keine Ahnung, wo der uns jetzt hier lang schickt. Irgendwie noch quer durch die Wallerei. Alle dreißer. Hier. Zone hier. Oh, hier ist nochmal schön eng. Aber auch ziemlich blass, die Dinger hier. Wenn man mal kickt. Ne? Naja. Gut, okay. Komm, wollen wir uns mal nicht über alles beschreiben. Hier, wenn der Typ eine Mauer hinsetzt, heißt das, dass dahinter in der Regel irgendwie nichts ist. Ja. Schön gerade hingesehen. Jawohl. Ja, das war auf Mallorca, war das genauso. Da ist auch irgendwo so eine Mauer oder sowas, ne? Und, äh, da war das auch, weil man dahinter einfach keine Lust hatte, was zu bauen. So, hier hat man einfach wieder die Bäume. Ne? Die Bäume. Das ist ja auch ein Geiletbild. Das ist ja auch ein Geiletbild. Da muss ich nochmal ein Foto von machen. Ja, da hat man einfach die Bäume wieder in, 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 wortwörtlich in Sand gesetzt. Nein, also, irgendwie, keine Ahnung, zu tief gelegt. Und jetzt hast du im Winter natürlich das Glück, dass du hier durchschauen kannst und siehst auch, ja, da hat man mal wieder keine Lust, irgendwas zu bauen. So, ja, schöner Ausblick wieder. Ja, sehr schön. Ja, und was natürlich auch nie fehlen darf, das Wartehäuschen aus Berlin. Hier, schön noch aus Spandau. Natürlich gibt es die in ganz Berlin. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Das ist von der Karte Spandau immer noch. Hier kann man wieder durchkicken. Oh, ja, toll. Ganz toll. So, hier will auch irgendwie keiner zusteigen. Irgendwie soll unter 1% Spandau Objekte dabei sein. Ich sehe jetzt hier alles voll Spandau, weil das alles die Gärten aus Spandau sind. Das ist ja sein neues Lieblingsobjekt. Also, irgendwie habe ich gelesen, unter 1% Spandau oder so wurde mir versprochen. Naja. Also, wie gesagt, alles Spandau. Gut, die Häuser da hinten jetzt nicht mehr, aber alles Spandau sonst. Ja, die Schilder Spandau. So, dann hast du... Aber man sollte mal wirklich fragen, wie viel Prozent sind dann die neuen Objekte? Da wird immer irgendwie geprallt mit irgendwelchen Zahlen. Ja, so viele neue Objekte. Wenn ich mir das hier an kicke, sieht das genauso aus, als wenn ich Ruhrgebiet hinter zum Moviepark fahre. Das sind die Häuser, die sehen da genauso aus. Mittlerweile. Früher waren da auch spannende Häuser, jetzt sind da diese Dinger. Die man da ja mal entwickelt hat. Und auf Wuppertal sehe ich die nämlich auch. Da sieht das auch 1 zu 1 aus. Gut, hier haben wir dann auch wieder das Warte Häuschen, was wir kennen. So. Das ist der Dorf 2021. Modernste Busse am Start. Ja, ja, komm. Guck dir mal die Landschaft an. Das sieht ja aus wie Dresden 540. Da kannst du auch keine Heizung erwarten. So, weiter geht's. Ja, er nimmt mir natürlich die Vorfahrt. Sehr schön gemacht. So, und das sieht hier einfach nur unspektakulär aus. Das sieht einfach uninteressant aus. Das sieht einfach langweilig aus. Ja, im Relief sieht das hier so aus. Nee, mit Sicherheit nicht. Das sind nämlich die gleichen Häuser, die auch im Ruhegebiet verbaut wurden. Und auf Wuppertal. Kann ja irgendwo ja nicht sein. So, weiter geht's. Ich muss ein bisschen Zeit aufholen jetzt. So, rechts abbiegen. Wir biegen links ab. 722. Ja. Kann man hier zwar nicht fahren, aber ist ja nett, dass es zumindest die Hilfsfelder dafür gibt, wa? Bald auch als neues Feature. Steht dann auch bei Steam. Auf Düsseldorf können sie, was weiß ich, wie viele Linien fahren. Mit dem Mini-DLC noch zwei weitere Linien. Und sogar Hilfspfeile gibt es für 50 weitere Linien. Wenn sich die mal mit anderen Linien kreuzen, die gebaut wurden. So, das ist jetzt Autobahn? Oder Kraftfahrtstraße? Oder was? Kicken? Ah, nee. Ja, ja. Gut, wir bleiben hier. Linienverkehr frei. Das sieht immer gut aus. Das sind wir. So, Haltestelle in der Kurve. Immer sehr interessant. Auch hier wäre schön die Berliner schildern. Sehr gut. Ja, auf Wuppertal hat man ja mal gelernt und hat da neue verbaut. Aber hier nicht. Ja. Dieser Spline hier von dem Bussteig, der ist immer gerade. Und dann hast du eine Haltestelle aber in der Kurve. Heißt, man hat einen Radius eingegeben beim Editor. Und dadurch, ja. Passt das hier alle nicht so wirklich zusammen, ne? Mal abgesehen davon, dass der, wie man hier sieht, im Boden drinne ist. Aber okay. Gut. So, was lädt denn das hier ständig nach jetzt, sag mal? Ja, ich weiß. So viel Qualität auf einmal, das kennt mein Omsi gar nicht hier. Ja, es ist hoch. Also wenn der irgendwie ist, kann man mir das anschauen. oul consequences. So War hier nicht grad 50 ein Schild? Ich fahr hier 54 Und die ziehen alle an mir vorbei Ah ja So 50 wieder, okay Was haben wir hier rechts? Was ist denn das? Ah ja, das ist natürlich auch wieder Qualität Eieiei, erstmal mega scharf Dann hat man hier noch die Büsche mit drauf auf dem Foto Ja, das meinte ich Dann hier nur einmal Ne, nicht mal Man hat nur einmal das Fenster fotografiert Dann immer übereinander gemacht Deswegen sieht man jedes Mal den Baum noch mit drin Auch nicht verkehrt Und man sieht es, es passt natürlich auch Alles nicht aneinander Alles Anfängerfehler, die man schon Ich bin nicht der einzige YouTuber, der das Hier, hier spiegelt sich das noch drin Was ist das hier für eine Einfahrt? Hier steht auch noch irgendwas davor Oder nee, das ist ein Balkon Oder hier, da stand aber auch irgendwas davor Was da nicht hingehört Ja Hier, das passt doch auch irgendwie alles nicht Sehr eigenartig Alle so Sachen, die dürfen halt bei Paver eigentlich nicht sein Und schon gar nicht, wenn nicht noch für viel Geld Für ein ohnehin schon überteuertes DEC-Geldverlangen Ja, oder hier Das hatten wir, glaube ich, schon mal an anderer Stelle Das Haus Hier Krumm und schief Krumm und schief zum Beispiel So, hier ragt das einfach mal in den Balkon hier rein Diese Werbung oder was das ist So, und wir fahren jetzt weiter geradeaus Ist auch wieder ein bisschen blass hier Die Hotschilder Ach Ne, das ist nicht in der Seite Wir halten da vorne So, L'Oreal Das sieht zum Beispiel gut aus hier Ne Also solche Objekte Das ist schon eher ein Paver-Anspruch Und zur Performance muss ich auch sagen Die hat sich sogar minimal gebessert Also das ist jetzt nichts So wie früher Das war immer noch Nicht der Buller Aber es ist Es ist tatsächlich von der Performance Das habe ich im Stream schon gesagt Als wir hier Auf der normalen Düsseldorf-Karte Uns den Abschnitt angeguckt haben Die Performance an sich Die ist schon Schon besser geworden Das muss man ganz klar sagen Ja Warum auch immer Ich schätze wirklich Dass hier Objekte eingekauft wurden Oder so Aber ich weiß es nicht Also es ist jetzt nur eine Vermutung Weil hier doch einige Einige Objekte Ich zeige euch das dann am Hauptbahnhof Also ihr müsst unbedingt Dranbleiben Wenn wir nachher am Hauptbahnhof sind Da sieht man das richtig richtig gut So hier die Bedien-Spandau Eieiei Busampel Vierte Tür haben wir auch Eieiei Auch wieder mit dem Mast Hier Der hier so Mit Aufklimmern Versifft ist So hier wieder nicht korrekt gearbeitet Mit dem Spline Hier Ja Der ist wieder mit Spline gearbeitet Einmal den Bordstein Einmal den Einmal normal Asphalt Hat man nicht aneinander gesetzt Hat man nicht wieder hingeguckt Bus ist voll Alles klar Läuft ja wieder Hier auch Passt nicht aneinander alles Gar nicht Und jetzt natürlich Dafür gibt es die Vorrangsschaltung Dass die Autos jetzt fahren dürfen Ja auch die top modernsten KI Autos Fällt mir gerade schon wieder auf Also Kann ich auf jeden Fall Sagen Ja Herzlich Willkommen Im Jahre 2021 Gut Halbe Weg Da sollen wir dann Also nach links Okay Dann machen wir das Also wie gesagt Ich bin kein großer Fan von solchen Mini DLCs Ja da wird abkassiert Ohne Ende Früher hätte es so eine Frechheit Nicht gegeben Also hätte sich das Nicht mal jemand erlaubt Oder so Da hätte nicht mal Den Gedanken Dann Verschwendet Erstmal ohnehin 30 Euro zu verlangen Was schon komplett Ungerechtfertigt war Und Dann noch Zu sagen Boah ich mache jetzt noch Eine Linie dazu Für das Add-on Aber verkauft die noch mal 14 Euro Das steht wirklich In keinem Verhältnis Und Also wer sich das hier kauft Also der ist selber dran Steuert Und ihr dürft natürlich Auch wieder kommentieren Solltet ihr aus Düsseldorf Ach guck mal Ja von hier sieht man es nicht Aber geht mal mal so ein bisschen Neben dem Bus Aha Da gucken wir mal wieder Ins leere Ne also Solltet ihr aus Düsseldorf Kommt Schreibt mir mal Oder die Linie kennen Oder schon mal Mit der Linie fahren sein Oder am Flughafen gewesen sein Oder am Hauptbahnhof Oder was auch immer Dann schreibt mir gerne In die Kommentare Ob das denn alles So stimmt Was hier so verbaut wurde Oder ob man das Zumindest ansatzweise Nachvollziehen kann So Ja Wäre auch keiner raus Wir fahren durch Bus ist voll Wie gesagt Topmoderne Autos hier Zurück in die Zukunft Frankenplatz Äh die Sparkasse Ich habe auch schon mal Irgendwo hier sehen Das ist ein Ditte Hier Ist das auch schon wieder schief Wer hat denn seine Fenster So niedrig Lol Ah ja Okay Ah da gibt es Schlimmere Man darf eigentlich echt Nicht nach Nach links und rechts Gucken Um die Objekte zu sehen Am besten Man fährt so So Ja So hier will jemand raus Dann können wir auch wieder Jemand mitnehmen So hier haben wir so Kennedy Haus Ja Ist natürlich auch Alles krumm und schief Siehst auch genau Wo alles aufhört Weil das Tier wieder Nicht zusammenpasst Ne Von der Höhe Man nehme ich wieder Schief Komm und schief Hier arbeitet Also ich meine Wenn ich es nicht kann Dann sollte ich es Versehen lassen Mit Objekten Machen Dann krummigen wir die Halt irgendwo ein Weil schön sieht das Nur beim besten Besten Willen Nicht aus Und das muss man Wirklich mal Das sieht zum Beispiel Gut aus Das Haus hier Aber das meiste Sieht hier wirklich Katastrophal aus Und da Muss Wenn man mal ganz fair Bleibt Muss man das echt So sagen Und die ganze Voreingenommen Mal ablegt Auch dann Muss man sagen Das geht einfach Mal gar nicht Ist die einzige Linie Ja gut Die scheiß 10 Minuten Der SB Irgendwas Sowieso In der gleichen Linie Wie ich Pferd Bis auf ein paar Haltestellen Kann man sich Ja dann auch Klemmen So Es sind hier doch Ein paar neue Objekte sind dabei Also So scheiße Wie die hier aussehen Hier zum Beispiel Was ist denn das Ja das So scheiße Wie die aussehen Oder hier Na gut Hier hat man Mal den Balkon Angesetzt Aber auch hier Wieder den Baum Da vorn Und so Also So scheiße Wie die sind Werden mir die schon Längst in den anderen Addons aufgefallen In diese Objekte Hier ist das gleiche Haus Wahrscheinlich nochmal Jawohl Genau Oder hier Oder hier Ist auch geil Ist auch nicht schlecht Hier Auch Hoch Alle so ein bisschen Krumm und schief Hier auch wieder Den Ast vom Baum Auch noch mit drauf Hier hat beim fotografieren Props Oder hier Hier hat man noch Den halben botanischen Garten mit drauf Gelassen beim fotografieren Wahrscheinlich noch Hier irgendwie Hier die Die Biotonnen noch Oder so Oder die Einkaufstaschen Von Oma Kavutke Die dann noch Vor der Tür liegen Oder wer weiß Ist wahrscheinlich auch Irgendwo noch zu sehen Also scheinbar Ist das Seton hier Hier auch Auch schief Auch hier Balkon Passt nicht zusammen Hier einfach noch Schön das Straßenschild Drauf lassen Beim fotografieren Und einer hatte mir Gesagt Elf Monate Soll man daran Gearbeitet haben Ich mir denke Sag mal Für sowas Das ist wirklich Fast jedes Objekt Was man an der Kameraqualität Ja erkennt Das ist alles Die gleiche Kamera So hier ist wieder Das Objekt Mit dem botanischen Garten Ja das erkennt Man an der Kamera Dass das alles Von der gleichen Kamera ist Also das sieht Alles gleich aus Hier auch Ja dafür soll man sich Dafür soll man elf Monate gebraucht haben Also Hier Ja schon Die Tür irgendwo Versickert Hier ist Das ist sogar Das Originalobjekt Ja also das ist Nicht irgendwie höher Tiefer gesetzt Mit der Schräge hier Mit dem Fenster Ja Jetzt haben wir sowieso Wieder rot Hier ist wieder Der botanische Garten Ja die Objekte Wiederholen sich dann Auch manchmal Das heißt manchmal Sehr oft Aber es kann Natürlich sein Dass die Objekte Hier im Vue Life Sogar so stehen Dann fände ich Auf jeden Fall Mal ganz cool Wenn man wirklich Gesagt hat Okay man macht Die eigenen Objekte Die realen Objekte Da wo sie auch Im Vue Life stehen So Der Nachteil ist Derjenige der die Objekte gebaut hat Der kann es einfach Nicht Ihr seht das Also Sorry Ja den Spruch Hast du vorhin Schon mal herbracht Ja ja Komm Frei mich hier lieber Was ist denn das hier Ist ja auch geil Wartet noch Das ist ja auch viel zu geil hier Dann noch schön die Äste Die Schatten von den Ästen drauf Hier noch irgendwelche Schatten drauf Auch wieder krumm und schief Hier noch der Schatten Vom Baum mit drauf Sehr gut Sehr gut Hier kennst du auch Hier das nächste Auch alle Kann doch auch Alles so gar nicht Zusammenpassen Kommen wir wieder ins Leere Das Ende der Welt So hier können wir dann wieder Die Busspur benutzen Ich hab übrigens noch nicht Einen Einkaufsmarkt Hier sehen oder so Also sei das ein Rewe Oder ein Edeka Oder so hier Also Scheinbar müssen die immer Nach Köln fahren In Düsseldorf Um sich irgendwas Alle Lebensmitteln Zu kaufen So wenn man hier schon wieder So eine Hecke hinsetzt Dass ich da nicht hinter Gucken kann Dann wird man dahinter Wieder nichts gemacht haben Richtig Dann ist dahinter nichts So wo sind wir denn Na weit hier kommen Sind wir noch nicht So Elektroautos sind hier auch Vor free Dürfen hier auch Uffahren Hast du dich auch Versoldert Ja Aber wir können schön Am Stau vorbeiziehen hier Und bei jeder Roten Ampel Kann ich mir hier Immer mal diese tollen Objekte anschauen Schaut mal wie toll Hier der Schatten noch Drauf vom Balkon Stand die Sonne Wo gerade mal blöd Hätte man natürlich Dann irgendwann nochmal Hinfahren können Wenn die Sonne mal besser steht Aber Das wäre zu viel Aufwand gewesen Ist das hier Auch wieder mit Mit Graseinlage Oder was Um zum Haus zu kommen Ich weiß es nicht Jo Auch hier Schönes Haus Irgendwie nicht Vernünftig Einfach hier Hier ist der Bürgersteig Ach scheiße Hier ist nochmal ein Haus Im Weg Eja Eine Hausecke Auch nicht schlecht Auch nicht schlecht Leute Auch alt Nicht schlecht So Jo Allt klar Gibt es da noch einen Knaller Ist denn das Könnte auch Was anderes sein Wenn man mal Ganz komisch denkt Aber naja Das ist ja auch Hier wäre viel zu Blass aufgenommen Die Textur So jetzt mal Bisschen zu hier Da vorne Oh der Imbiss Ja der Imbiss Ist immer ganz wichtig Hier Imbiss Spiker King McDonalds Das muss alles verboten Ja der war auch Ein bisschen schief Oder so Ja das ist ganz wichtig Bilk Ist Bilk Ist ja nicht der Imbiss Aus Bilk Ich glaube den hat man Von woanders Oder hier Oh ist das Schaf Oder ist das Schaf Also hier High Quality High Quality In Düsseldorf Ach scheiße Ich hab mal auf Hier muss Huch Jetzt einmal durch die Ganz toll Designte Straßenbahn So wir sind Eine Minute zu spät Wir müssen ein bisschen Die Hass geben Guten Tag Hier auch Passt alles nicht Aneinander Hier sieht man Das richtig schön Die einzelnen Fotos Wie die aneinander Quetscht wurden Auch jedes Mal Mit dem gleichen Schattenfehler Hier Also das ist echt Der Knaller Also an Objekten Muss ich ehrlich sagen An Objekten Ist das echt Der Knaller Also so krumm Und schief Hab ich das wirklich Noch nie gesehen Nicht mal auf Mallorca Aber die Performance Ist besser Vielleicht ist das ja Für die Performance Gut wenn die Objekte Alle krumm und schief sind Ich weiß das nicht Wäre auf jeden Fall Meine Idee Die Frage ist Warum sind wir auf Hamburg Gerade und Einwandfrei Und die Performance Läuft da trotzdem Naja Ja das ist das hier Hier Was Wenn hier Sträucher Auf mehreren Etagen Gezüchtet Oder was soll das sein Oder hier Hier Verbeult Und Hä Ich sag auch jedes Mal Irgendwie Eine Atomkatastrophe Ist hier ausgebrochen Oder ich weiß Also So sieht das hier aus Ganz schlimm Ganz ganz schlimm Als ob du Als ob dir irgendwas Hier an Drogen Eingepfiffen hast Oder so Also seht doch nicht Ich nur so Dass hier alle Schief ist oder Was machst du Auf meinen Gleisen Sag mal Du hast hier Opa Du hast hier ja Nichts auf meinen Gleisen Verloren Was soll denn das Hallo Können wir auch mal Ein Bild machen Ja Was macht man da Natürlich mal eine Minute Vorspulen Dann ist hier Tram auch wieder weg So Ah ja Auch sehr einladend Ah Hier gibt es Internationale Lebensmittel Ah ja Wenigstens da können sie einkaufen Die Apotheke Die Apotheke Die habe ich auch schon 20 mal auf dem Auf den anderen Linien gesehen Von Düsseldorf Jetzt machen wir also wieder Resteverwertung Das habe ich vorhin auch gesehen Schon Da ist das vorhin Ein Balkon Und wo rein gegangen Der Euroshop Die Schweine Die alle jetzt Für 1.10 verkaufen Kfz-Prüfstelle Mensch Was sie alles haben Auch mal eine Kaufhalle Haben sie nicht Hier auch wieder Die Schatten mit drauf Hier Seht ihr ne Schatten Schatten mit drauf So Rechts Das kennen wir noch Von 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 Wuppertal Und auch vom Haupt DLC Oder sind wir jetzt Wieder da Wo wir Nö Das ist alles 7.21 Das ist Nichts von dem Was war schon Von damals Von den anderen Linien Nö 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 War das 835 Oder so War das Irgendwie so So Wo es das immer Noch voll Super Ich hab ja auch Keinen KI-Bus Oder so Ich bin der Einste Der heute Unterwegs ist Aber gut Die anderen Dachten sich auch so Da tun wir uns Hier nicht an Kriegen wir noch Ohrenkrebs Hauptbahnhof Hauptbahnhof Ah Also jetzt Jetzt müsst ihr Hier spannend Dranbleiben Boah Die Ansagen Sind ja wieder So scheiße Mit Sicherheit Keine Originalansagen Vielleicht Das gleiche Sprachprogramm Aber trotzdem Scheiße Ihr macht Da ja gehört Eben als wäre Die besoffen Regen So und hier Ist mir beim Im Stream Mit euch Ist mir Das sehr krass Aufgefallen Dass es hier Objekte gab Die Richtig gut Aussahen Vielleicht sind die Aber auch Wieder Weggenommen Wurden Das kann natürlich Auch sein Dass man dann doch Irgendwie keine Genehmigung gekriegt hat Die zu verbauen Oder so Ich weiß es nicht Wir werden es uns Gleich anschauen Das kennen wir Nur auch schon In Form Fachgeschäft Für gesunden Schlaf Ja Hier auch in Form In Form ist überall Brauchen wir Wir brauchen alle Gesunden Schlaf Ja So wenigstens Das hat man ja Umsetzt War hier mit den Fußgängerampeln Also diese Ne Dass du auch Gelb hast Bei den Fußgänger Ist ja auch Einwie so ein Markenzeichen In Düsseldorf So Dann mal Rinn mit euch Und wir gucken uns Das jetzt mal an Also ich hab zum Beispiel Gesagt Dass das hier mit den Sportwetten gar nicht Mal so scheiße aussieht Das könnte Also das Das hier oben Den Schriftzug Das sieht zum Beispiel Gut aus Hier sieht man aber auch Schon hier wieder Irgendwie wird Grünes mit dabei Hier unten ist es unscharf Das kommt auf jeden Fall Vom gleichen Entwickler So Jetzt frag ich mich Was war das denn Das ist ja auch alles Sehr macht Pommes Pommes King Der muss auch mit dabei sein Das ist klar Kick oder so Hier ne Ihr seht unscharf Und ne Das Das kann gar nicht Eingekauft sein Ich frag mich Wo die Hier hat das auch Selber gemacht Wer kann sich Da noch im Stream Erinnern Im Stream Waren hier Einige Objekte Bei Das ist auch Selber gemacht Das sieht man auch An der Kamera Da waren einige Objekte Bei Die Die nicht Selber gemacht Wurden Also die Ne Die sahen Nicht so Scheiße aus Wie die Alle hier Die sahen Wirklich Gut aus Die seh ich Jetzt aber Hier auch Nicht mehr Die seh ich Jetzt hier Tatsächlich Nicht mehr Hier Das sieht Scheiße aus Hier beim Döner Mit der Markise Das sieht Genauso Scheiße aus Wie immer Wer erinnert sich im Stream Ich hab leider Die Aufzeichnung Nicht mehr Das ist Jetzt ärgerlich Aber ich Weiß noch Ich weiß leider Nicht mehr Wo die stand Auf jeden Fall Waren hier Einige Objekte Bei Ja Das ist zum Beispiel Auch Inzuster Von Lappbeck Und Wuppertal Kennen Da waren Einige Objekte Bei Die sahen Richtig 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 Gut Aus Vielleicht Man Die auch Einfach Erstmal Als Platzhalter Von Aber Kann Ja Auch Nicht Sein Weil Man Die Öffentlich In dem Dessert Auf Die schon zur Verfügung gestellt hatte Aber Da wird Stress Gegeben Haben Weil Das Kann Ich Wir Wir Sagen Das War Ähnlich Wie Am Flughafen Das Ein Haus Das Ich Euch Gezeigt Habe Das War Von der Qualität Her Sah Das Aus Wie in Hamburg War Ungefähr Die Hälfte Hier Am Hauptbahnhof Mit Mit Gut Objekten Wieder Am Flughafen Ja Richtig Schön Wie Hamburg Und Die Hälfte War Der Gleiche Schmutz Den Du Auch Mit Den Anfänger Fehlern Den Du Auch Gesagt Hab Bleibt Dran Aber Die Sind Tatsächlich Weg Das Ist Natürlich Wir Sind Hier Ein Mysterium Auf Der Spur Vielleicht Weiß Einer Von Euch Was Damit Passiert Ist Aber Schreibt Mir Mal Gerne Rein Für Die Die Im Stream Dabei Waren War Glaube Ich Hier Bei Youtube Haben Wir Das Gemacht Nicht Bei Twitch Das War Noch Hier Bei Youtube Da Habe Ich Noch Lobende Worte Tatsächlich Muss Ich Ganz Ehrlich Sagen Ja Das Sa An An Vielen Ecken Sah Das Besser Aus Als Sonst Sah Immer Noch Nicht Mal Ansatzweise Nach Pair Aus Aber Diese Objekte Die Waren Schon Ganz Gut Aber Da Habe Ich Gleich Gesagt Die Müssen Irgendwo Eingekauft Seien Oder Hat Irgendjemand Anders Erstellt Keine Ahnung Weil Da hast Sie Sehen Das Wurde Professionell Gemacht Das Wurde Dann Nicht Irgendwie Mit Na Handy Kamera gemacht Oder Mit einer Kartoffel Fotografiert Oder Lass Es Meinetwegen Auch Eine Ja Richtige Kamera Sein Die Es Dann Mal Irgendwie Bei Wish Für 5 Euro Gab Oder So Sieht Dann Nämlich Aus Was Eigentlich Mit Om Sie Zwei Memes Om Sie Zwei Memes Da gab es mal Bei Oder Hier Ne Diese Rot Weiße Hier Ja Auch Komplett Unscharf Sieht Aus Wie So Ein Grundschüler Der Duschmalkassen Probiert Hat Ne Um Sie Zwei Memes Könnte Ich Ja Auch So Lauter Sachen Man Ja Professionelle Objekte Auf Wish Bestellt Oder So Was Und Dann Hier Einfach Mal Eins Von Den Objekten Die Ich Heute Jetzt Zeigt Hab Das wäre schon Ganz lustig Hier zum Beispiel Bestes Beispiel Ich hab ja nur viel Über Köln gelästert immer Köln aber Ein add-on was Was von den Objekten Her Richtig Gut Ist Und ich Hab Hier Ein Kiosk So sieht So Wie Man Es Nicht Macht Und Dann Guckt Euch Mal Wenn Er Zur Frankenstraße Raus Menschen Nachgebaut Der Sich Dann Eine Flasche Bier Greift Aus dem Kasten Und So Da Hat Man Richtig Viel Arbeit Gemacht Und Du Damit Man Nicht Irgendwie Eine Message An Seine Kunden Raus Gibt Ja Ich Will Euch Hier Komplett Mit Verarschen Also Das ist Ja Wie Verarsche Ist Hier Hier Ist Der Kiosk Schon Wieder Das Ist Echt Nur Verarsche Wenn Ich Jetzt zum Beispiel Wieder Mal Köln Angucke Köln Nachbarstadt Ja Ist Mit Einer Linie Auch Viel Zu Teuer Und Da Hat Man Auch Bei Weitem Nicht Alles Richtig Gemacht Möchte Ich Gar Nicht Abschlagen War Auch Kein Großer Fan Davon Bin Es Auch Nach Wie Vor Nicht Aber Von den Objekten Her Kann Man Die Karte Sehr Weiter Empfehlen Also Da Da Muss Ich Köln Überhaupt Nicht Schämen Zum Beispiel So So Was ist Das Was ist Das Für Dach Oh Mann Ja Ja Auch Hier Schief Aneinander Gesetzt Seht Da Passt Überhaupt Ja Nicht Oder Hier Ja Was ist Denn Das Ist Das Ist Doch Echt Kann Ich Echt Nicht Mehr Ernst Nehmen Mir Fragst Du Echt Ist Denn Heute Ne Wir Haben Übrigens Glaub ich Gar Nicht Gesagt 28 Januar Kam Dieses DLC Raus Ähm Denkste Fragst du Echt Ist Das Heute Der 1. April Da Ist In letzter Zeit So eine Jetzt Schiefgegangen Hier An Um Sie Ja Jetzt Sollte Ja Dann Am Mittwoch Diese Habe ich Jetzt Den Falschen Gegeben Ja Ist Scheiße Ja Ja Ist So Alle Das Gleiche Hier Ähm Da Ist Ja Diese Paris Dings Rausgekommen Das Wurde Dann Wieder Deaktiviert Und Sowas Weil Keine Ahnung Warum Ja Da So Irgendwelche Probleme Gegeben Haben Das Lauter So Ne Sachen Ja Was Ist Denn Da Moment Los In Omsi Das Ist Nicht So Schön So Die Herz Apotheke Die Gibt's Wirklich An Jeder Ecke Jetzt Wieder Machen Vielleicht Kann Man Da Wieder Internationale Lebensmittel Kaufen Wie gesagt Also Ja Noch Besser Hinstellen Geht Nicht War Nach Rewe Aldi Was Auch Immer Ja Keine Namen Hier ist Schon Wieder Die Herz Apothek Hier ist Schon Wieder Die Spiel Die Lidl Ich Werd Bekloppt Lidl Man sieht's Zwar Nicht Aber Ich Deute Das Jetzt Mal Das Ist No Lidl Nein Wo soll der Sein Hier oben Drinnen Oder Was Hier so Halb Oder Hier oben Ist der Lidl Drinnen Oder So Keine Ahnung Oder hier Hinten Im Garten Wird Hier Verkauft Bei Lidl Oh Mann Also Ich Hab doch Ehen Gefunden Da ich Mann Auch Bisschen Klein Geraten War Bisschen Klein Geraten Das Ist Bisschen Unscharf Geraten Das Back Factory Hatten Wir Schon Am Hauptbahnhof Gesehen Wir Sind Mal Kurzfristig Umgezogen Oder So Haben Die Filiale Einfach Mit Genommen Auch Hier Das Wird Schon Seit Gladbeck Wird Angemerkt Und Kritisiert Warum Benutzt Man Immer Noch Diese Scheiß Spandau Ampel Das Kann Auch Nicht So Schwer Sein Mal Eine Zeitgemäße Ampel Zunutzen Ja Und Die Sehen In Düsseldorf Nicht So Aus Als Habt Mir Schon Geschrieben Heutzutage Sehen Die Ampel Nicht Mehr So Aus Also Teilweise Schon Aber Vor allem Es sieht Auch Nicht Jede Ampel Gleich Aus So Wie es Hier Ist So Das Ist Wieder Hier So Was Das Hat Man Immer Zu Omsi 1 Zeiten Gerne Gemacht Bei den Freework Karten So Künstlich Mal Ein Paar Schlaglöcher Oder So Oder Ein Paar Unreinheiten Der Straße So Hing Gesetzt Hat Ist Aber Auch Nicht Mehr Zeitgemäß Eigentlich Ich hab's Früher bei den Allerersten Omsi Omsi 1 Karten Noch So Ich wollte mir doch mal Hier ankicken Wo ist denn meine Preise da Ja Verbleitet Benzin Ich find's immer wieder Toll Das gibt's nur in Düsseldorf Und Wuppertal Und im Ruhrgebiet Verbleitet Benzin Also Wer sowas heutzutage Noch erwerben möchte Der muss auf jeden Fall In eine dieser Städte kommen Zumindest Wenn man dem Mit On Hier Glauben Schenken Mag Hier haben wir schon Wieder Den Den Hässlichen Post Fritzen Hatten wir Gerade Schon Ist hier Auch Wieder Der Lidl Mit Dabei Ist hier auch wieder Der Lidl Das ist die Frage Des Tages Und der Lidl Ist mit dabei Jawohl So sieht's aus Oder Lidl Graffiti Weil ich Sehe hier Keinen Lidl So Abfahrt Abfahrt Alles So Was haben wir hier Das ist wieder Das Ende der Welt Kann man sehr schön Mal sehen Was ist das hier? Raststätte für Arme, oder was? Ja, rechts ist das nicht ein Land, oder? Ja, sieht das nicht ein Land aus? Also ich meine ja. Ja, hallo. Oh, das ist ja auch Juti-Raten hier. Ja, noch ein bisschen, ja. Äh, toll. Ja. Aber hier auch, die Türen. Die Türen hier einfach am Boden versuchen. Oh, da ist mal ein KI-Bus hier. Top-modern wieder. Wieder eine tolle Apotheke hier. Noch wieder, was ich sagte, wahr? Heute stelle ich ein bisschen kurvenartig gebaut, aber... Irgendwie den Spline oder so, oder... Nee, das ist dann wahrscheinlich ein Szenerieobjekt oder sowas. Und den kriegst du dann nicht, äh... Dem kannst du keinen Radius... ...zuweisen, sag ich mal. Ja, keine Krümmung. Irgendwann, Redditor. So habe ich auch mal gebaut, als ich damals meine eigene Karte gebaut habe. Das ist ungefähr vier Jahre her oder so. Nur um... ...mal... ...klarzumachen, dass man so auch vor vier Jahren... ...mit... ...wenig Talent schon bauen konnte. Dass das nichts Neues oder Zeitgemäßes ist, oder... ...wie man so schön sagt, dieser Mehrwert von einem... ...DLC. Ja, den hast du hier nicht. Oh, der hat man so... Das ist ja auch wieder nicht schlecht. Das ist ja auch wieder nicht schlecht. Schwebende Autos. Jippie. Jawohl. Hier die Montana Blackparkplätze. Ja. Alle auf der rechten und linken Seite. Hallo. So. Ah, hab's doch Gott sei Dank gleich geschafft. Hilfe. Hiha, Hilfe. Gut. Auch wieder schön hier. Schweignitzer Strasse. So, noch langsamer vielleicht da vorne. Soll ich euch noch anschieben? Hier, das hatten wir doch eben auch schon. Das war doch eben schon im Boden versunken. Jetzt haben sie ja mal ein paar Schirmchen hingestellt, wahr? Denken, oh, das fällt mir nicht auf. Für so bescheuert halten die uns ja. So. Ja, auch wieder sehr ein Land hier, wahr? Und am Ende der Welt. Was ist das denn hier? Was hat man denn hier mit dem Objekt angestellt? Huch. Und der Postshop, jawohl. Der Postshop, der in jeder Ecke gleich aussieht. Und hier ist das Objekt nochmal. Ah, cool. Aber man merkt wahr, der Entwickler hat wohl die Karte angefangen ab, einen Flughafen zu bauen. Und nicht andersrum. Weil man merkt das mittlerweile, ja, die Motivation, die lässt sich dann schön ab hier. Beim, beim Mapbau, wahr? Immer das gleiche, die gleichen Objekte hier in der letzten so. Du, genauso, ey. So, können wir eine Sonderansage machen? Sehr geehrte Fahrgäste. Das Rauchen in unseren Fahrzeugen oder an U-Bahn-Höfen ist nicht erlaubt. Vielen Dank. Schwierig, so eine verkackte Billig-Ansage hier. Ist im Sprachsystem. Rheinkürmes. Sehr geehrte Fahrgäste. Die Rheinbahn wünscht Ihnen viel Spaß auf der Rheinklamis. Der ist ja die Scheiße, diese Ansage, ey. Alter. Ja, auch hier die Steigung, ne, wieder viel zu, viel zu hoch angesetzt. So, dann gucken wir mal. Hm. Ich sehe eine Oberleitung. Ich sehe am Andreas-Kreuz, aber kein Blitz. Das heißt, das Andreas-Kreuz sagt uns eigentlich, das ist einer Bahnübergang ohne Oberleitung. Hm. Das sind wieder, das sind wieder diese Details, die ich meine, ne. Die kannst du hier natürlich nicht erwarten. Warum auch? Ein überteuertes DLC für ein überteuertes DLC. Also, ihr müsst Düsseldorf nicht haben, ne, dieses Haupt-DLC. Aber, ich bräuchte das ja nicht sagen. Seid ja vernünftig und holt den Scheiß sowieso nicht. Aber rein theoretisch bräuchte man das normale Düsseldorf DLC nicht. Weil, ihr seht ja, wir fahren ja kein, kein Gebiet ab. Ja, ja, hier, ich sag ja, Motivation, die hat jetzt hier wahrscheinlich echt nachher das, ne. Komm, ob das Ding ist jetzt hier zum Ende Monats fertig und nächsten Monat ist das Geld drauf. Ne, ja, man sieht, dass die Motivation hier echt nachherlassen hat. Man sieht's. So, komm, wir machen mal einen Luftsprung hier. Ui. Auch wieder schön, die Spannower-Kleingärten hier. Und dahinter gar nichts. So. Vorfahrtsstraße. Genau. Na, hier, hier kannst du schon wieder ins Nichts gucken. Also. Naja. Sollen wir dazu noch sagen. Okay. Bei Rot hier halten. Wo denn hier? Zeig doch hier ne zusätzliche Wartelinie ein. Hä? Das ist auch wieder so ne Kevin-Logik. Ach, da ist er doch. Ja, die aber mal ja nicht hier auf den Asphalt draufpasst. Auch nicht schlecht. Das hat man einfach von irgendwo anders hier rüber kopiert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Freunde, das reicht doch schon wieder für heute. Es reicht echt. Boah, ich liebe diese alte MAN. NL oder NG-Hupe. Nostalgie, ey. Passt auf jeden Fall in den neuen Solaris. So, in den Köttern heißt die nächste alte Stelle. Interessant. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Denkt euch, was lustig geht aus. Und, äh, ja. Bin sehr gespannt, was ihr so schreibt. Wird bestimmt lustig. Gut. Ciao. Gut. ! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020